Hallo Leute und willkommen zum 10. Töhrchen des Adventskalenders und dahinter verbirgt sich eine Runde Bitwurst mit dem Torben, dem Flo und mir und dem Felix, der ein halbes Herz schreibt und dem Sebran auf, weil die beide im TS waren und uns gefragt haben, ob die dabei sein können, die sind gemutet. Für uns Airships. Was? Weil es nur zwei Teams gibt. Ja genau, das ist voll geil. Und wir sind die fünfer Team. Äh, hier Felix, bauch schon mal. Bauch schnell, bauch schnell. Hopp, hopp, hopp. Töhrchen, gib mir mal zwei Bronze, danke. Äh, bin ich in Euphoran? Pff, ja, ich weiß, wenn du dich jetzt hier ausziehst, dann ja. Ähm, nein, auch so. Unser Joppan-Kanal ist, kommst ab, äh, PILZKÜHER in Anzügen. Äh, Torben, bauch du dich bitte zum Eisen. Felix, baust du dich jetzt bitte mal in die Mitte? Hey Leute, Leute, fall in dir was sagen. Felix, was tust du denn? Hier oben geht es viel schneller, guck mal. Okay, nach rechts. Ist egal, bau einfach. Torben hat keine Ahnung. Felix und Severanov, falls ihr irgendwas sagen wollt. Ist egal, Torben, ist egal, äh, bau dich langsam hoch. Nein, nein, Severanov, bitte jetzt nicht hier, dann komm. Okay, weil ich bin noch erster. Wo ist denn dieser fucking Wilder? Seid mal kurz ruhig. Okay, ge- Äh, Jungs, komm hierhin. Ja, ich bin runtergefallen durch diese Kacklechse, ich hasse es. Alter, willst du mich verarschen, Tobi? Du bist richtig inkompetent, kann das sein? Ich bin, ich nehme das erste Mal Betruss auf. Es ist eine Primiera. Blau, schnell, blau. Blau? Ja, blau. Blau kommt nicht. Ja, ich bin auch blau. Ah, nee, wir sind blau. Ey, beil dich, beil dich. Oh, nein. Flo, Flo, schnell, braunblocking, danke. Ja, ich geh da direkt das Bett von denen kaputt machen. Hilfe, Tor, lenke ihn ab. Ja, ich lenke ihn ab. Oh Gott, hier ist einer mit der Wäse spitze. Felix, oder, ja, komm. Nein, ich bin tot, Leute, die, komm. Leute, Leute, aufpassen, 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 ne? Ich hab einen Schlagstock. Nein, komm. Dann, dann Schlagstocke den machen. Dringen! Ja, einer down, einer down. Wo ist der andere? Da, der läuft. Der läuft, der hat wahrscheinlich Gold. Den müssen wir kriegen. Lauf ihm hinterher. Ich geh das Bett abauen. Flo, du bleibst bei der Base, bitte. Ja, ich geh das Bett abauern. Flo, komm in die Mitte. Flo, komm in die Mitte. Nein. Ich hab nichts. Ist egal, du hast einen Bogen. Du kannst dich runterschießen. Ja, aber ich, Moment, ich muss mir eben essen. Komm. Es gibt nur ein Team, das in die Mitte kann, Flo. Das kannst du so leicht überwachen mit einem Bogen. Ey, wo ist der Eisenspaw? Flo, komm in die Mitte. Schnell, 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 Flo. Internet, Internet, komm bitte wieder. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bro, der Box ist nicht runter. Nein, ich bin da. Flo, halt hier Mitte, halt hier Mitte. Das ist ja wie so komisch, dass Torben nicht aufnimmt. Also Bad Wars. Hey, das ist entspannt. Ich hab mal Freiheiten. Hier, Felix. Ich stell mich gerade voll Nubig an und wir haben noch nicht mal Eisen. Ey, Felix Severanov, Leute, ne? Ich hab euch entmutet, falls irgendwie ihr uns waren müsst, sagt... Mein Gott! Leute. Ich verarschen. Deine Inkompetenz steigt aber auch langsam. Komm, man darf mal nur reichen. Ja, Felix. Nicht, oh mein Gott. Einen Bogen haben wir schon, aber sehr gut, hol auch einen. Oh, krieg ich denn bitte? Flo, gib mir Deckung. Flo, gib mir Deckung. Kann sich bitte einer zum Eisen bauen? Flo, Deckung bitte. Ich würde gerne einen Bogen. Flo, hier, guck mal, da kommt einer, Flo. Ich würde gerne einen Bogen haben. Flo, da kommt noch einer. Nein, er hat mich geboxt. Okay, ich möchte doch keinen Bogen haben. Ich renne jetzt einfach in die Mitte und... Ach, nice, lauf, Felix. Äh, Leute, ich, äh, hab null Ausrüstung. Ja, ist so, es kommt doch keiner, wenn du einen Bogen hast. Äh, Flo, wie viel Gold hast du? Achso, du hast einen Bogen. Eins. Tobi, danke, dass du dich in den Bild gestellst. Alles cool. Ja, Tobi. Flo, alles wird gut. Boah, ich dachte, der sagt schon wieder alles Chili, ey. Alles Chili, meine lieben Freunde, willkommen zu Copterbefe. Nein, Leck, Leck, Scheid. Leck, Toppen. Alter. Lol, wie das Leck? Flo. Oh, Alter. Bei mir hast du auch noch Leck. Lol, lol, lol. Der Jummi wurde ja wieder draufgeportet. Ich hacke. Oh, Leute. Äh, Flo, wie viel Gold hast du noch? Gib mir das Gold, was du noch hast. Bitte bringen. Ja, der Felix, äh, macht gerade. Ja, ich bräuchte nämlich auch Eisen. Ja, die retten hier immer raus und ich schieße die immer an. Ey, Severanov, oder wer auch immer das ist, der Felix, oder er hat es dir schon hingebaut, oder Felix, der Severanov. Komm schon, ich muss es, ich brauche das halten. Felix, Felix, Felix. Hi, ich bin schon da. Okay, Felix, du bist sehr klug. Den Fly werde ich melden. Der Felix hat mich auf den Namen gebeten. Welchen Fly denn? Ja, als ich hochgepottet, das, äh, war... Schreibt dem einfach den... Danke, schreibt dem einfach den YouTube-Channel, dann... Schreibt dem einfach den YouTube-Channel, dann werden die Versehen. Ich schreibe jetzt auch noch mal auf. Äh, äh... Ich hab hier grad Spaß, die rennen hier überall raus und ich schieße die jedes Mal raus. Sehr, sehr schön, Flo, ich hol jetzt auch noch einen Bogen. Äh, scheiße. Ah, ne, ist es echt nicht. Okay, ich ärgere die jetzt auch, indem ich die ein bisschen in der Base abknalle. Mann, ey, Leute. Solange es kleiner kommt. So, die ist das nicht gut, so. Genau, halt, ich hab' alles auch von... Du kannst ja meinetwegen... Du kannst ja meinetwegen auch, äh, auf, äh, 4K haben. Das ist mir egal. Oh, danke. Weil dann wird es immer noch so in der Aufnahme zu sehen sein, dass... Sei voran auf Felix, ihr könnt mir die kommunizieren. Ja, ja, lass ihn doch. Ich hab' dir... Ich hab' Aufnahme, Brudi. Ja, richtig. Oh, ich bräuchte auch noch Lederrüstung, falls mir dir einer bringen kann. Ich bring. Ja, ich bräuchte dir auch, weil ich hab' auch'n Bogen und Hälfte Flo gerade. Äh, ich bring. Sehr gut. So will ich mir das doch hören. Du müsst' die einfach mobben. Leute, der, 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 der Felix ist weg. Nein, Felix, du warst unserer... Oh, hier liegt der für ein Eisenshirt. Danke. Ähm, Flo, weißt du, Flo, weißt du, was ich jetzt mache? Die haben keinen Bogen, die können mich immer, weißt du? Oh Mann, Felix. Wow. Ach, Tor, nicht so schnell, das macht so sch... Die die ganze Zeit ab. Hä, die haben doch einen Bogen. Irgendjemand schießt auf mich. Das bin ich. Oh, boah, du bist so behindert, ne? Guck mal, guck mal, wie sie da warten, Flo. Guck mal, hinter der Säule stehen zwei Leute. Bist du jetzt gerade gestorben, Torben? Nein. Okay, der eine steht hinter der Glasscheibe, der ist noch dümmer. Naja, gut. Also, ich muss jetzt, ob ihr mich hackern. Das ist auch irgendwie richtig behindert. Ey, Leute, hier, eure Rüstung, holt ihr euch mal ab. Ich deck's dir nochmal. Nein, wir machen jetzt das Bett, Tobi. Nein, bitte wartet, das ist so langweilig. Wartet, wenn es ist auf mich. Flo, Flo, guck mal, tötet... Du musst den mit dem Stock von der anderen Seite abschießen. Leute, der, der Tobi. Einer down, zweiter down. Okay, und jetzt go. Lass mich, lass... Tobi, du bist aber auch ein dummes Stück Kacke, ne? Okay, ich bin genauso du, muss ich sagen. Ja, Flo, da ist noch einer, Flo. Nicht runterspringen. Oh, ein Gold, ein Gold. Nee, nee, schon klar. Flo, tötet ihn und dann mach das. Ey, das hocken jetzt vier Stücke rum oder so. Ja, lass es, Flo, lass es. Dev, Dev, das Gold. Dev, das Gold. Ja, das, Tobi, die können jetzt von zwei Seiten kommen. Ja, Dev, einfach das Gold. Flo, wir kommen gerade zu dritt an. Dev, einfach das Gold. Jaha, mach ich doch grad. Und die Rüstung für einen. Ich spring jetzt einfach mit nichts da drauf. Nein, mein Pfeil, nicht mein Pfeil. Wer hat mein Pfeil? Tobi, gib her. Nein, ich brauch den. Tobi! Okay, komm her. Hier, komm her. Leute, guck mal. Ich lenke hier gerade drei Typen ab. Flo, einmal bitte Schüsse oder Silberanhof. Ja, warte, ich hol mir... Ich warte den auf mich. Der zweite, der muss auch noch... Jawohl, easy. Ja, ich bin auch dabei. Ihr seid langweilig. Ja, ich hab's, ich hab's. Ah, Leute, das tut mir leid. Oh, 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 oh. Mein Headset ist ja mal irreflisch, ey. Ja, okay, bitte wartet. Bitte nur nicht... Lasst mir bitte ein für die Aufnahme. Ja, Leute, ich hab ein neues Headset und das hat gerade vibriert, weil es einfach so laut war. Also, dass, wenn... Lasst mir bitte einen. Lasst mir bitte einen. Flo, äh... Ich glaub, ist alles weg. Wo ist der? Titi. Ey, Leute, ich will euch übrigens mal... Ich will euch mal sagen, was ich für eine KD hab, ne? Torben, dich schneide ich raus. Ich schneide dich raus. Ich hab ein KD zu 2 ein. So, Leute, das war's für das zehnte Türchen. Ihr habt ja leider nicht ganz so viel gesehen, außer immer das Void. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Äh... Nein, ich schneide ihn nicht raus. Ich hab mir KD... Torben würde ich dann niemals rausschneiden. Ich hab die KD interessiert trotzdem keinen Leute und deswegen überrede ich jetzt einfach den Torben, weil ich eh lauter sein werde. Und deswegen würde ich sagen... Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video da... Sehen wir uns beim nächsten Video. Äh... Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da und um kein Video mehr zu verpassen, abonniert uns und Tschüss! 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 Vielen Dank.